Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Crash Landings. Ja, willkommen. In der letzten Folge habe ich gesagt, ich mache uns ein wenig Erde. Das habe ich auch schon gemacht. Ihr seht auch, die Bäume sind schon längst wieder gefällt. Und ich habe auch schon ein wenig Erde durchgesieft. Und was ist dabei rausgekommen? Die ersten 64 habe ich rein gar nichts gekriegt. Also rein gar nichts heißt, kein einzigen Gras sieht. Dann bin ich kurz rauf. Und ja, die ganze Produktion lief ja hier oder läuft ja immer noch. Und habe hier reingeguckt und da waren hier wieder 14 Stück fertig. Ich da so, naja gut, okay, nimmst die 14 noch. Vielleicht kriegst du ja einen raus. Und dabei ist dann eine Sojabohne noch mit rausgekommen und vier Grassseeds. Also, boah, Gott sei es gedankt. Wir haben Glück gehabt. Ja, natürlich sind noch einige Peanutsseeds und andere Sachen hier natürlich rausgekommen. Hier Archon und hier Rubbertrees und Birchwood und alles Weitere und so fort und so weiter. Da ist natürlich alles rausgekommen. Und ja, aber leider keine Grassseeds. Aber wir haben zum gleichen Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Also, was machen wir? Wir machen wieder das hier und stellen natürlich fest, wir brauchen Nazareg. Und wir haben ja kein Nazareg. Dementsprechend müssen wir uns jetzt Nazareg machen. Es gibt eine gute Möglichkeit. Der liebe Siggi hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es doch eine Möglichkeit gibt. Und dass wir das auch schon in Agrarian Skies gemacht haben. Und ich hatte mich daran nur nicht erinnert. Und jetzt weiß ich es wieder. Und das ist natürlich eine gute Idee. Und dementsprechend machen wir das auch so. So, folgendermaßen. Ich werde mal ganz kurz, ähm, die drei lasse ich mal hier. Nur die Sojabohnen. Das ist so ein bisschen gerade das Problem. Ähm, die werde ich mal ganz kurz folgendermaßen, werde ich mal alles machen. Ich werde mal ganz kurz alle Bäume, die ich hier gerade so habe, nehmen. Und mal probieren hier reinzulegen. Und dann werde ich mal ein paar von den anderen Sachen hier nehmen. Und das mal ganz kurz eben hin und her tauschen. Äh, weil sich wahrscheinlich hier einiges drei- beziehungsweise viermal drin befindet. So, und jetzt machen wir hier auch nochmal. Schwupps. Und dann werden wir das mal dort hinzusortieren. Und dann die letzten hier nochmal rausnehmen. Schwupps. Und die sortieren wir dann hier mit rein. So, das heißt also, alle Baumarten sind jetzt hier mit drin. Beziehungsweise alle Fruchtbäume. Und dann haben wir hier wieder Platz. Das heißt, hier können wir jetzt auch die Sojabohnen mit unterbringen. Wunderbar, wunderbar. Mittlerweile sollte eigentlich einiges an Stone da sein. Nicht genügend, glaube ich. Ach, dürfte nicht reichen. Was müssen wir uns bauen? Wir müssen uns eine Stone Barrel bauen. Die hier. Es gibt ja die Wooden Barrel, wo wir uns Erde drin machen können. Und über diese Stone Barrel, da können wir uns folglicherweise dann Netherrack bauen. So, ein Meer noch. Dann sollte das eigentlich soweit reichen. Schwupps. Und dann geht es nach unten. Was wir auch gleich machen können, ist, ich sehe schon, Wasser ist ziemlich low gerade. Das heißt, wir schnappen uns mal hier eben kurz etwas Wasser. Legen das mal hier kurz mit rein. Wir arbeiten ja jetzt hier bei den heißen Maschinen. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man ein volles Camel Pack dabei hat. Beziehungsweise müssen wir uns gleich hier Buckets von Lava rausnehmen. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Erstmal müssen wir das hier eben kurz abtrennen. Auch wenn hier nichts rein kann. Sieht trotzdem ein wenig blöd aus. Ja, doch. Ich glaube, ich lasse das so hier. Passt, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut. Das heißt, wir packen da jetzt Lava rein. Nehmen hier etwas Redstone. Und nehmen das Ganze hier wieder raus. So einfach ist das. Das heißt, wir werden jetzt ein wenig Lava sozusagen hier dann verschwenden. Ah, vier sollten reichen. Und ja, folgendermaßen. Hier habe ich ja meinen kleinen Wasserpool. Dann würde ich sagen, machen wir das hier in der Ecke. Weil diese Seeds dürfen auf nichts anderem landen, außer auf Nazarack. Und dementsprechend, wenn wir das hier so in die Ecke reinwerfen, dürfte das doch eigentlich ganz gut funktionieren. Bohnenmehl natürlich auch nicht verkehrt. Das landet darin. Und ja. Wunderbar. Ja, und es vermehrt sich auch. Nice. Nice. Das sieht doch sehr gut eigentlich aus. So, dann machen wir das einfach mal. Ups. Machen wir das einfach mal so. Eins, zwei immer. Ich denke mal. Das sollte, ups. Das sollte reichen. 26 Stück. Ja doch, das reicht. Das reicht definitiv. Ich würde mal sagen, ich stelle mal 12. 12 oder so her. Das sollte reichen. 12 sollte definitiv reichen. Damit gehen wir mal ganz kurz hier erstmal hin. Dann ist erstmal hier wieder das Sicherheitsgate, damit da nichts wieder rauskommt, reinschreiben. Also ein P, das sollte reichen. Und dann hier die 12 dazu. Und die wandern dann gleich hier rein. Und dann kriegen wir rotes Plastik. Perfekt. Aber was brauchen wir sonst noch? Beziehungsweise, wofür braucht man das rote Plastik überhaupt? Nämlich hier für die Charging Station. Und dafür brauche ich noch etwas Cobblestone Slabs. Wir haben jetzt ja nur die Stone Slabs. Die funktionieren auf jeden Fall so nicht. Schwupps. Da haben wir Cobblestone Slabs. Ja und das restliche haben wir eigentlich. Äh, Tubes haben wir noch. Ja, wunderbar. 12 rotes Plastik. Und schon geht die Party ab. Also die Charging Station. Nice. Nice, nice. Die können wir jetzt theoretisch, theoretisch, packen wir die mal. Ich glaube hier die UV Lightning Box brauchen wir ja dementsprechend bald nicht mehr. Das heißt, die kann ich mal wegtun. Auch wenn die kostenlos theoretisch ist. Aber die tue ich mal weg. Und setze hier dann. Genau. Die Charging Station hin. Und da können wir jetzt im Prinzip dann Sachen, die mit Luftdruck aufgeladen werden, müssen reinlegen. Und dann, ja, lids automatisch sozusagen auf. Perfekt. Das heißt, als nächstes, was brauchen wir? Wir brauchen die Pneumatik Range. Die brauchen wir hier. Und dafür brauchen wir hier darum Graus Plastik. Und Graus Plastik, das erstellen wir wie folgt. Ach, hätte ich natürlich mal eben gucken können. Äh, brauchen wir hier diese Seeds wieder. Und das heißt, wir brauchen Grau. Grau ist natürlich ein, äh, ein Mix aus Schwarz und Weiß. Also Bohnen-Mehl. Na, da bitte drauf. Daraus bekommt man sozusagen Grau. Und wenn man dann noch etwas Glück hat und man hat noch eine Grasseed irgendwo rumliegen, dann kann man natürlich Gras mit Grau verbinden. Und schon hat man diese schöne Seed, die wir dann gleich oben anpflanzen werden. So, aber ich hätte ja noch ein bisschen mehr Bohnen-Mehl mitnehmen sollen. Wer weiß, wer weiß. So, nach oben etwas mehr Bohnen-Mehl mitgenommen. Das Ganze hier auf Farmland. Das darf wieder auf Farmland wiederum angepflanzt werden. Ah, so. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und immer schön. Na, so ist ein bisschen blöd. So wollen wir es nicht haben. Nehmen wir mal die Sachen hier mal wieder ganz kurz mit raus. Na komm. So, acht. Und dann wieder ganz kurz. Eins, zwei, zack. Das hat nicht gereicht. Doch, hat gereicht. Jetzt haben wir ja neun. Hä? Ist da gerade was rausgeschossen? Das ist doch gerade was rausgeschossen, oder nicht? Einer Augenblick. Eins, zwei, drei und... Ach, wie geil ist das denn, bitte? Ja, wie geil ist das denn? Das heißt, wenn man das immer, immer weiter macht, dann dürften da jetzt ganz viele... Und wenn ich mich da jetzt drauf stelle, theoretisch, müsste ich die Seeds ja auch alle kriegen. Uah, wie geil ist das denn? Das sind ja mal richtig coole Seeds. Natürlich fliegen die jetzt hier überall rum, aber wenn man sich da drauf stellt, kriegt man die in sein Inventar geliefert. Nice, 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 nice. Natürlich ein bisschen hier gucken, wo noch welche Seeds liegen, aber 25 reichen mir da definitiv auch. Aber das ist cool. Das heißt, man stellt sich, man pflanzt bloß eine an, stellt sich da einfach drauf. Und schon kriegt man eine ganze Menge. Perfekt. So, dasselbe, was wir den roten Seeds gemacht haben. Hä? Habe ich das dann nicht gerade reingelegt? Das Bohnenmehl? Mal egal. Das, was wir jetzt mit dem roten Plastik gemacht haben, machen wir jetzt hier auch mit dem grauen Plastik. Das heißt, grau wandert da jetzt einmal rein und stellt sich dann her. Da, da habe ich das doch reingelegt. Wunderbar. Das kann da rein. Ah, Essen brauchen wir gerade momentan noch nicht. Nice. Das heißt, was ich auch mal rein tun kann, ist hier die UV-Lightning-Box. Die brauchen wir gerade nicht. Und was ich mal eben besorgen kann, ist für unsere Kiste einfach mal eben schnell ein Upgrade. Damit das mal wieder zu einer schönen silbernen, beziehungsweise zu einer Eisenkiste wird hier. Eisenkiste. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz drin für weitere Seeds. Also alles, was so mit Primatic Craft, ah gut, ein bisschen Thermal Expandant und so sind auch noch drin. Aber alles, was diese technischen Mods sind, habe ich momentan erst mal hier drin gelagert. Dann findet man das auch ein bisschen schneller wieder. So, graues Plastik haben wir auch. Und jetzt stellen wir uns die Vrench her. Jetzt müssen wir ganz kurz erstmal gucken. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Schalter. Easy. Und so ein Air-Kanister. Okay. Dann brauche ich sonst noch irgendwas hiervon? Nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich habe ich soweit alles. Einen davon. Und dann noch einen Schalter, wo mir gerade ein Stick fehlt. Ist aber auch kein Problem. Cobblestone habe ich, Sticks habe ich. Das einmal zusammengewürfelt. Das funktioniert natürlich nicht, hier reinzuschiften, weil der Kanister hier wieder eine Aufladungsbar hat. Aber, meine Güte, was soll's. Wir können das auch mal kurz reinlegen. Und jetzt haben wir unsere Vrench. Und damit können wir jetzt verschiedene Sachen machen. Das Wichtigste ist aber, bzw. wofür wir es brauchen, erstmal ein bisschen Luftdruck rein. Sollte halt nicht schon fast reichen. Schwupps. Nehmen wir mal ganz kurz wieder raus. Wir wollen ja nicht alles an Luftdruck hier verschwenden. Wir brauchen es ja nur einfach nur für einen Klick. Und das, was wir jetzt hier einen Rechtsklick drauf machen, wüten. Und schon hat sich das Ding hier kurz verändert. Das heißt, einer dieser Dinger ist jetzt sozusagen ein Import und einer ist ein Export. Das heißt, einer holt sich aus dieser Kiste jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen, die wir machen wollen. Je nachdem, was für ein Programm wir hier haben. Dieses Assembly-Programm kann zum Beispiel diese Circuit-Boards herstellen. Das heißt, wenn wir das Assembly-Programm drin haben, wir haben hier eine Assembly-Unit-Export und eine Import. Und das bedeutet, sozusagen diese beiden Farben, ich weiß es nur gerade nicht mehr, welches welches ist, ist aber auch relativ egal. Und ja, die haben wir jetzt sozusagen hier angeschlossen. Irgendwas fehlt noch. Mal gucken. Drill Offline. Ah, okay. Und Assembly-Io-Unit-Export. Hey, Drill Offline-Export. Exportet müsste jetzt doch eigentlich einer sein. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Not all machines required for this program are available. Hä? Müsste eigentlich funktionieren. Eigentlich sollte er die erkennen. Assembly-Drill Offline. Ja gut, vielleicht müssen wir noch mal erstmal hier eine neue Dings hinsetzen. Neuen Kompressor, dass er deswegen noch so ein bisschen rumstreikt. Den haben wir ja beim letzten Mal kaputt gemacht, beziehungsweise ist er uns ja um die Ohren geflogen. So, lasst uns mal eben schnell einen neuen Kompressor eben herstellen, damit er auch wieder genügend Luftdruck erzeugt wird. So, jetzt schauen wir mal. Nee, er sagt immer noch Offline. Einen Augenblick. Ich baue das Ding hier nochmal ab. Und das hier sagt hier aber auch nicht im Inventar, was es ist. So, vielleicht ändere ich den hier mal. Vielleicht funktioniert das ja besser, wenn der die rechte Seite. Warum auch immer das so sein sollte. Jetzt ist der Export da, aber der Import nicht. Ah, okay. Das könnte sein, dass die wirklich auch zusammen connected werden müssen. Ich dachte, das sieht vielleicht so schöner aus, aber nein. Scheinbar müssen die so sein. Äh, so. Und jetzt dürfte das so sein. Perfekt. Und, äh, nicht genügend Pressure. Not all machines, äh, required for this program available. Hä? Wir haben doch alles. Also, wir brauchen einen Controller, eine Plattform. Ähm, eine IO-Unit. Eine IO-Unit. Und ein Laser. Der Laser ist hier. Die beiden Units sind hier. Und der Controller ist hier. Und die Chest ist hier. Aber er meckert trotzdem, dass er einen Drill haben will. Das verstehe ich nicht so ganz. Normalerweise sollte er da nicht meckern. Also, den Drill sollte er eigentlich nicht anfordern wollen. Ähm, was wir einfach mal eben machen können, ist folgendes. Wir können uns theoretisch hier sowas herstellen. Das heißt, wir nehmen uns einen von denen und einen grünen. Und dann stellen wir uns so einen, äh, hier so einen MT-PCB sozusagen einfach mal eben her. Ändern das hier mal kurz eben zu, zu E für MT. Dürfte ja eigentlich ja nichts ändern, ne? Nee. Können wir ruhig nur ein E reinschreiben. Das einmal rein, das einmal rein. Müsst ihr eigentlich, ah, die Frage ist, ob hier genügend Luftdruck noch drauf ist. Aber ich glaube schon fast nicht. Deswegen, schubs, ein bisschen Kohle mitgenommen. Das ärgert mich ja ein wenig. So, da haben wir Kohle rein. Und er braucht, ja, anderthalb Bar. Das läuft dann jetzt sozusagen langsam hoch. Gucken wir einfach mal in die Questreihe derweil so lange rein. Under Pressure. Das haben wir ja fertig gemacht hier. Mh, ein GPS-Tool. Ah, okay. Möchte er da noch ein bisschen mit weitermachen? Okay, machen wir das. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, rotes Plastik haben wir ja sowieso ein bisschen mehr hergestellt. Ein Diamond, Glass-Paint und eine Redstone-Torch. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Glas habe ich auch noch. Das heißt, da kann ich mir eine Glas-Paint auch noch herstellen. Oder habe ich sogar noch welche oben? Ich weiß es nicht. Haben wir da schon überhaupt welche von gebraucht? Ich glaube fast nicht, ne? Glas-Paints haben wir noch nicht wirklich irgendwo für gebraucht. Dementsprechend müssen wir uns die auch herstellen. So, kriegen wir auch 16 Stück von. Das sollte also kein Thema sein. Da einmal eine Fackel drüber gebaut. Und dann haben wir einen Diamond vielleicht noch. Wäre noch gut. Zum Glück haben wir die auch schon gekriegt. Und dann haben wir hier so ein GPS-Tool. Nice. Und dann schätze ich mal, geht es da auch noch ein bisschen mit weiter. Weil man da auch noch ein paar schöne Sachen mit machen kann. Ja, da kommt nämlich die Air Cannon sozusagen im Spiel. Jetzt gucken wir mal, ob wir das überhaupt noch alles haben. Also, wir bauen Cobblestone Slaps. Haben wir glaube ich sogar noch. So eine Cannon Barrel. Eine Safety Valve. Es wird interessant, ob das alles reicht. Vier von denen. Dann müsste das eigentlich hier ausreichen. Einmal den hier bauen. Dann einmal den hier. Ah. Zweimal die hier bauen. So eine Safety Valve. Okay. Und dann war es die Cannon Barrel. Genau. Ach, oben ist hier noch das Stone. Den haben wir noch gar nicht mitgenommen. Nee, haben wir noch nicht. Da lag noch Stone drin. Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen was. So, das heißt, das Ding brauche ich noch einen von. Dann habe ich glaube ich alles. Nee, das Ding habe ich noch nicht hergestellt. Zehn haben wir noch. Das heißt also, ein bisschen Compressed haben wir da noch über. Reicht das denn jetzt? Ja, das reicht. Also Claim Reward. Und dadurch kriegen wir jetzt sozusagen ein Printed Circuit Board. Wir bekommen ein Maschinen Upgrade Dispenser und Item Life. Nice. Oh, das Item Life könnten wir theoretisch sogar in den Chamber mit einbauen. Dann bleiben auf jeden Fall die Items darin am Leben. Das ist schon mal sehr gut. Das können wir sehr gut gebrauchen. Das lasse ich mal hier so weit runter. Das hat sich auch. Ah, okay. Dann müsste jetzt der MTP-PCB fertig sein. So, und wenn ich das Ding da jetzt hinsetze und das Ding da jetzt rein, arbeitet der, wenn der jetzt noch etwas... Ah, der braucht ein bisschen mehr Luftdruck, ne? Der hat noch nicht genügend Luftdruck. Einen Augenblick. Ich möchte sehen, dass das Ding arbeitet. Ich möchte sehen, dass es arbeitet. Und wenn es arbeitet, dann können wir uns überlegen, ja, ob wir im Prinzip dann noch ein bisschen weitermachen hier für die letzte Folge. Denn das hier ist die vorletzte Folge Crashlandings. Danach startet sozusagen unser neues Projekt, Diary Wolf 20, was nach Crashlandings sozusagen kommen wird. Ich meine, wir sind soweit jetzt hier. Wir haben alles. Ressourcen werden erschaffen, beziehungsweise erschlossen. Wir haben so gut wie unendlich Nahrung, unendlich Wasser. Also eigentlich kann uns schon seit einigen Folgen hier nichts mehr passieren. Die Monster kommen hier nicht rein. Das haben wir schon von Anfang an so. Also eigentlich ist hier alles perfekt. Also hier ist nichts Problematisches. Nichts Problematisches. So, das, äh, 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 ob ich denn das Ding, ach, das habe ich ja in die Kiste gelegt. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein PCB hin? Aber das liegt hier in der Kiste. So, wenn es jetzt gleich bei, bei dreieinhalb angekommen ist, theoretisch, das sollte er also eigentlich noch schaffen, dann müssten die eigentlich anfangen. Ja, sie fangen an. Und jetzt hier kommt die coole Animation. Das heißt, der Greifarm bewegt sich. Das heißt also, der hier ist der Import ins System und der ist sozusagen nachher das Exportding. Und, äh, der arbeitet jetzt sozusagen dagegen, weil der sozusagen den Luftdruck in dem Augenblick wieder verbraucht, wo er sozusagen wieder am erschaffen ist. Und jetzt bringt er sozusagen dieses, äh, dieses PCB, des Empty, bringt er jetzt hier sozusagen hin, legt es hier auf den Tisch. Schwupps. Und jetzt kommt unser schöner, kleiner Laser. Und der müsste das Ding jetzt beschreiben. Na, komm, beschreibe es. Beschreibe unseren kleinen Laser. Ja, so ein Zzzzzz. Jetzt geht er sozusagen einmal hier mit seinem kleinen Laserbeam. Das sieht einfach richtig lustig aus. Mit dem Laserbeam rum. Und schon ist er fertig. Und jetzt kommt der andere Greifarm und holt sich das Ding und legt es wieder in die Kiste rein. Je mehr Luftdruck man sozusagen hat, natürlich im System, desto, ähm, desto schneller und beziehungsweise besser geht es. Jetzt ruckelt es halt, weil er immer wieder hin und her springt und er nicht genügend, äh, äh, nicht genügend Luftdruck hat. Ich will mal ganz kurz ein bisschen Holz nachlegen. Ein Holz, das sollte nicht ganz so viel, viel aufbrennen. Und der hat das Ding jetzt wieder reingelegt. Nice! Unassembled PCB. So können wir die Dinger jetzt also relativ easy herstellen. Und, äh, ich kann es auch mal einfach mitnehmen. Ja, das war im Prinzip die Sache, die ich schon seit einigen Folgen schon längst, äh, fertig haben wollte. So, dann lege ich das da noch mit rein, das da noch mit rein. Das Plastik kommt da noch wieder mit rein. Wunderbar, wunderbar. Und hier kann im Prinzip noch Holz, Glas, Glas, Pants, das kann hier mit rein. Und da kann das noch mit rein. Ein bisschen hier mit ablegen. Ein paar Sachen. Das kann weg. Die Kohle kann wieder weg. Und dann sind wir eigentlich für heute fertig. Das heißt, wir haben das hier geschafft. Wir haben das hier fertig, also wir haben, äh, Neserac bekommen. Wir haben rotes Plastik hergestellt. Äh, wir haben graues Plastik hergestellt. Wir haben, äh, noch ein GPS-Tool und eine Air Cannon hergestellt, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen momentan. Und, äh, wir haben, äh, ja, das hier ganz am Laufen bekommen, dass das jetzt auch wieder funktioniert. Okay, Drill Offline, aber das hat er jetzt wenigstens vernünftig hier alles erkannt. Den braucht er scheinbar ja doch noch nicht. No Problems, war er jetzt auch erkannt. Nice. 3,9 Bar. Und damit kann man doch eigentlich relativ gut arbeiten hier, oder? Was meint ihr? Gut, das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's ein wenig gefallen. Ähm, jetzt muss man überlegen, was wir morgen sozusagen in der Final-Folge machen, ob wir jetzt hier noch, äh, die Upgrades oder so. Ich denke mal, so Upgrades werden noch vielleicht ganz lustig, ein paar zu bauen. Und, äh, eventuell kriegen wir auch noch diese Quest hin, dass wir sozusagen, das hier Under Pressure sozusagen komplett fertig. Vielleicht stürzen wir uns noch ein paar auf ein paar Endermans oder so. Mal schauen. Aber an sich, ja, war's das erstmal von heute. Und mal schauen, was wir morgen machen. Bis dahin, in diesem Sinne, ganz einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.